Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Fall Guys. Lange ist es her, dass ich euch das Game schon mal präsentiert habe und jetzt gibt es dick große neue Infos und einen neuen Trailer. Und bevor ich mit den Infos raushaue, schauen wir uns einfach mal direkt den neuen Trailer mal an. Spannende Musik Oh mein Gott, wie geil sieht denn der Trailer aus. Falls ihr nicht wisst, worum es in dem Spiel geht, 100 Leute gehen in eine Runde und nur einer kann am Ende der König sein und wer Takeshi's Castle kennt, ihr müsst hier genauso versuchen durch die Welten durchzukommen. Ihr könnt euch beliebig einkleiden, wie ihr Bock habt und müsst dann mit eurem verrückten, chaotischen Charakter in diesen verschiedenen Challenges gewinnen und immer nur ein Teil der Leute kann weiterkommen. Und immer nur die Top, ich glaube, 75% der Leute kommen weiter, der Rest scheidet aus, bis am Ende nur noch einer da ist, der zur Krone kommt. Und jetzt ist das dicke Neue, was ich euch angekündigt habe, denn ab heute könnt ihr euch für die Beta anmelden. Ja, ihr habt richtig gehört, wir können endlich Fall Guys spielen. Die Beta soll schon in Kürze starten und eine riesig große Anzahl von Leuten beinhalten. Also gucken wir uns das Ganze nämlich mal an. Hier auf der Seite von Fall Guys könnt ihr hier oben auf Sign Up for the Beta gehen und dann könnt ihr euch für die Beta anmelden und dann geht es nämlich schon sehr bald los und wir können endlich in Fall Guys zusammen reinschauen. Und da werde ich definitiv euch jede Menge Blödsinn davon zeigen, denn ich habe richtig Bock darin durchzustarten und meldet euch am besten auch an und machen wir eine riesig große Runde mit dem verrückten Spiel und schauen an, wer unter die Top 100 kommt, besser gesagt, wer Platz 1 ist. Bis dann, ciao, ciao.